Es gibt auch das Verb erfahren. Erfahren ist nicht trennbar. Erfahren bedeutet Informationen erhalten. Zum Beispiel, in seinem Vortrag haben wir viele Informationen erfahren. Das Verb befahren. Befahren bedeutet auf etwas fahren. Zum Beispiel, diese Straße wird jeden Tag stark befahren. Befahren wird oft im Passiv verwendet. Und sich verfahren. Sich verfahren bedeutet, die Orientierung zu verlieren. Also, vielleicht fahren wir auf einen falschen Weg und wissen nicht mehr, wo wir sind. Zum Beispiel, wo bin ich? Ich habe mich völlig verfahren. Und warum benutzen wir hier nicht das Perfekt mit sein, sondern mit haben? Ganz einfach, weil sich verfahren reflexiv ist und bei reflexiven Verben benutzen wir immer das Perfekt mit haben.